tap key maus klick auf online kommunikieren was muss man da machen ich warte der einer muss aber hosten ach der host 8 ach so ach ja hoppla jetzt wollte ich mit der maus draufklicken was komplett dummes bei diesem spiel hat jeder die einladung erhalten ich habe keine namen angezeigt wunderbar start game finish game tanzen wir können laufen sowas und springen und wir sind kleine blobs und lieben uns müssen nach rechts ein hindernis rüberspringen krass keiner will jeder muss ja eine treppe genau genau und jetzt hier rauf da und rüber und weiter wer ist denn welche farbe überhaupt ich bin blau und orange geil ich bin grün ich bin grau ich kann gar nicht springen ich kann nur laufen wenn dann jetzt muss blau jetzt muss blauen ja 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 nie blau muss noch alle auf blau muss nach oben laufen geht einfach hoch wenn ihr nicht nein es muss doch der untere muss laura in dem moment wo jetzt 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 hoch jetzt ist der rote laufe die nacht recht und springen jetzt und springen ja 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 gut einer da oben drücken ich bin jetzt gerade wirklich hey das soll doch nicht anspruchsvoll glaube ich das ist jetzt schon anspruchsvoll was nein das war total easy ja total ich gehe nach ach so stimmt ja dann gehen wir auch nicht und schieben eigentlich im ziel weißt du da steht die zahl ein gar nicht verkackt es musste einfach der hoch und es ist einfach nur ganz hier rüberschieben und dann kann ich rüber springen da oben drauf der der sich kringel ich lacht da hinten heimlich kommentar los so nach oben drücken das ist der moment ist eigentlich nicht gut oder wir konnten soja ein das hier ist mein ja müssen eine treppe ja muss eine treppe ein bisschen und ein bisschen noch ein bisschen und jetzt rein springen ja drücken laufen klopf drücken ja der schlüssel geile box 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 spieler warte mal ihr müsst mehr ja die mox muss auf 1 und dann müssen die anderen auf er sehr gut box muss mit ja freundlichen box also wenn man sich mag bestimmt ganz witzig muss ich klicken da hat es hier unsere schlechte spiele hater zwei mal nicht so oder müssen auch mal was passiert jetzt die leute müssen gegen okay ihr müsst alle auf die plattform der kronos steht da vorn rum ja jetzt kommen wir nicht mehr hier hoch toll doch alle 321 202 jetzt nicht einfach schon so nach nächstens mindestens ja gut also das ist halt einfach doof dann hat so ich habe die ersten Ich weiß noch nicht mal was wir tun. Wir engagieren uns als Team. Ach cool, jetzt können wir... Ab 2! Oder? Ja. Das ist ein richtiger Breakpoint. Erstmal den Boss killen und dann den Strick zu machen. Ah, wir sind gegen die Leine. Hundis. Ist das cool! Oh, da ist der Schlüssel. Lass dich mal einer hängen. Ja, drei Leute müssen aber hoch. Oh, oder nicht. Wer ist mit mir oben? Wer ist hier neben mir? Wer ist hier neben mir? Ja, geht nicht mehr. Ja, aber wir fallen jetzt runter. Nein, zieh jetzt, zieh jetzt! Was, 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 was! Okay, nice! Nein! Was für drei Leute? Ehre. Ehre! Oh, Leute! Oh, wir sollen jetzt mal richtigen da sein! Ja, das war echt. Richtig, Muskelkraft. Pixel-Craft. Okay, okay erstmal überlegen, was müssen wir machen? Oder ich gehe alleine? Ja doch, ist wahrscheinlich das sinnvollste. Nein, das geht nicht, weil wenn einer stürzt, ist vorbei. Ein sinnvollste, einer stürzt. Turmbauen. Wollt ihr einfach Bus bauen? Komm Freddy, Bus bauen. Komm Freddy, Bus bauen. Nehmen wir mal das braune Ding da mit. Ich war eben noch... Neuen Turmbauen. Wir müssen den Turm hier oben bauen. Kann nicht springen, weil jemand auf meinem Döds ist. Du bist der Döds. Oh da. Warum bin ich denn jetzt hier unten? Jetzt bin ich wieder unten. Ja, da kann ich auch unten hingehen. Direkt hier oben. Ich bin der... Das Fundament. Nein, bist du nicht. Ich bin das Fundament. Boah, das geht nicht. Ich kann nicht drüber springen. Ja. Das ist jetzt dumm. Ja, gut. Lauf jetzt eins nach rechts. Oh, okay. Irre. Was? War das gut? Okay, wer will unten sein? Wer will unten sein? Jetzt lass alles noch hochgehen. Ich bin da rot. Achso, da bin ich eh. Aber ist okay für mich. Oh, die drei. Und jetzt. Laufen, 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 laufen. Und jetzt drüber drauf. Du musst wieder drauf. Achso. Ah, okay, okay, okay. Ich wusste es nicht. War gut bis dahin. War das eher so. Jetzt erst mal Pause. Oh. 1 macht jeder sein. Hier will ganz eine Tonne... Hallo. Guten Tag. Go! Oh ja. Manni, du musst jetzt... Ja. Nice. Was war's? Was war das für ein komischer Backmiel? Warum ist das so komisch rumge... Du warst zu schnell. es war ganz komisch gepackt gerade jetzt ist der nächste dran zu probieren alle jetzt am ende noch probleme nein nur ein idiot der immer den schlüssel haben will wie wir hier durchfloschen warum sollen wir uns da hat ich habe mir schwung ja ach so werden wir leben ja noch ich glaube nur zwei ja sehr gut und muss das glaube ich ja und muss hoch und muss hoch eure seilkoordination ist falsch der mitte muss jetzt hoch springen müssen hoch springen rechts laufen und die mitte muss auch nach rechts laufen bin ich froh dass ich morgen meinen kurs abgesagt habe um diese qualität veranstaltungen beizubringen jetzt wie das starten oder ja aber treppe könnt ihr alle treppen von los keine treppe gebrauchende blicktreppe alter wir brauchen so brauchen wir das stimmt v für physikalisch inkorrekt ja so funktioniert das nicht doch und jetzt hoch hoch ja und jetzt genau rauf da und ja und jetzt easy das v der liebe ist denn da los ich bin jetzt einfach nur runter und fertig hat man das nicht ist mir das was war das denn hä ist noch eine challenge in dem spiel ja das erinnert mich an einen arbeitsweg alles klar wollen wir die reihenfolge oder ja so motiviert nichts von der story mit ich glaube wir müssen starten ja wir müssen starten auf mich was machst du denn nein blau werte blau ja du musst doch hoch nein kann ich warum blau noch mal auf braun ist auch nicht genau geht es okay vielleicht 3333 so spät ja gut er ist aber so hätten wir schaffen können direkt links links zuerst links zuerst ich brauche die hilfe oben ja ich habe den sprung geschafft bleibt stehen hier geht auch nicht drauf ich glaube unten können wir es selbst jetzt gehen die mitte wegen das die brauchen den platz sie brauchen den platz für die münzen die brauchen die platz für jetzt erst in die mitte jetzt wartet auf die anderen wartet auf die anderen wir sind doch da Platz für den schlüssel ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn nicht merkt ich habe nichts war so schnell und haben nur vier sekunden gehabt ja weil irgendeine ganze sinnlose kommandos gebrötet hat da und das hat alle irritiert was drei kunden was 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 aber man kriegt jedes mal zeit okay cool ja grau und jetzt rennt spannend wir erst mal random zeit graben und jetzt hier hoch hier hoch hier hier na du musst stehen bleiben ja einer hier oben habt ihr vergessen ist nicht schlimm macht ja nichts gibt ja nur zeit zusätzlich ja aber jede menge da oben ja getrödelt ach so da oben okay ja ja da oben so rot direkt hoch ja mit mir jetzt und unten weiter also und wie jetzt ja und kann warten ja und laufst du es nicht hätte man sich lassen können und rot kann runter kommen 10 sekunden nach gott ja ich will noch mal glühwein machen können der restzeit gar nicht gebraucht guck mal nebenbei ob ich meine steuern macht was passiert denn hier jetzt wild hier auf mich okay für ganz oben brauchen wir noch einer hier bin ich nicht ich bin ich rot ich kann nicht sagen was kann ich springen ja ich habe noch nicht mehr auf der bau bau du erkennst mich gar nicht wir kennen uns so lange abend blind zwei charaktere sehen für mich komplett gleich aus ich weiß dass cash ist das war was alles ich glaube ich ja ich habe mich wieder gut ja und rüber kommen was knapp komm 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 wo ist der key alles da noch eine ehrenrunde ich hab was vergessen jetzt steht das jeder muss auf welche farbe hat eine box wenn es keiner nutzt fange ich an okay also und müssen alle so einfach die reihenfolge nach ja genau einer bleibt einfach stehe ja genau manchen stehen bleiben jetzt bei mir stehen das ist ein schlüssel dieses spiel aber das das war schon mal ist das war cool da waren wir so souverän und besser als ich glaube von der einzigkeit hier auf jeden fall gut und das bin ich dass mich du musst wir sind auch ganz oben weil so kommen nicht durch oder soja der aufwendigste turm westdeutschland gerade ja aber du musst das letzte nach oben ja ich muss halt vorbei wir sind zu intelligent für diesen kinder schade wir können auch gerne skippen was ja wir spielen das jetzt durch oder was das denn ich spiele es gut am scheiß ich war noch nie gut im blubi volley wo hast du diesen begriff gerade her vielmehr einen engen scheißspiel das ist witzig ja das könnte level sein wo man sich hasst ganz kurz wer ist ganz vorne wer ist hier ganz vorne bei mir das bin ich ja macht mal entspannt wir müssen doch schneller sein dann doch nicht entspannt die musik ist auf jeden fall banger ja ja gut wenn man mich blockt dass ich nicht runterkomme dann gehe ich vorgedrängelte ich bin der erste könig ich bin auch ein bisschen aufwohlen dann wird schon 0 Lass mich doch dich die Schlüssel klauen aufmachen! Mann! Ja! Nice. Oh Gott. Hä, was, 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 was? Hä? Hä? Äh? Ah, die Zeit schreit ein, oder was? Nee, oben. Wir müssen zwischen 0 und 222 stoppen. Ah, krass. Und jeder hat eine andere Zeit. Ach so, wir dürfen aber auch nicht leerlaufen mit unseren Zeiten. Nee, genau, es ist doch keiner leerlaufen. Hä? Hä? Wenn du einmal drauf gelaufen bist, ist die Zeit gestoppt. Die läuft nicht wieder an, wenn du runter gehst. Ja, was, warum haben die das nur? Darfst du so früh nicht da drauf? Ach so, die läuft nicht wieder an. Dann darfst du nur einmal drauf. Nur einmal. Ah, okay. 1, 2, 1, 0. Schade. Ja, genau war's. Ja, genau war's. Du musst kurz vor 0. Jeder muss kurz vor 0 drauf. Nee, bei 0. Ja, 0 ist zu spät. Nö, wenn links 0 ist, ist das okay. Ja, easy. Ja, easy. Siehst du hier? Sechshundertstel. So geht das. Witzig. Das wird wieder eine Steam-Bewertung. Du musst eine Stunde Video. Du weißt nicht, ob's ihm gefällt. Dann kommst du ein... Was ist denn jetzt? Oh, das ist ein Chunky Boy, hab ich gehört. Let me go! Nein, ich bin immer noch zu fett. Ich bin immer noch zu fett. Und da komm ich nicht durch. Oh, eine muss groß, eine groß, eine groß. Oder zwei, wie auch immer. Und der Rest muss klein. Aber nee, gestaffelt, gestaffelt. Ja, ja, okay. Wir müssen alle noch mal klein. Alle noch mal klein. Nee, das ist zu groß. Wir kommen da gar nicht mehr drauf. Das ist genau wichtig. Ja, aber alle noch mal klein. Ich bin ganz klein. Der ganz klein ist okay. Nein, ihr müsst alle noch so klein. Nee, Orange noch ein bisschen größer. Und die anderen? Wir müssen eine Treppe. Jetzt stoppen wir. Das reicht, machen wir doch auch Platz. Herbert, wir können doch auch einfach alle klein. Wir machen einen Turm und der unten. Stimmt, ja, Kesha zurecht. Also macht euch alle klein. Alle klein, ja. Alle klein. Alle klein, auch braun. Geht nicht. Ich bin blockiert. Oh. So, und jetzt stapelt ihr euch alle auf mir drauf. Wer bist du denn drauf? Grau, grau, grau. Oder hell. Geht nicht. Ach so, hell. Hab das voll. Flick rüber. Ich bin doch zu doof. Wieso bist du denn jetzt? So. Okay, und jetzt? Was war das denn? Was ist das für Tor? Ihr müsst euch einmal einigen, welche Basis ihr haben wollt. Ja, grau. Ja, Cash ist Cash. Dann wird das halt einfach angesagt. Ja, aber da hat man glaubt, stattdessen die Leute. Hä? Das macht gar nichts. Wir denken nach rechts. Nicht so viel. Ein kleines... Ich weiß, warum wir kein Gold spielen. Jetzt. Jetzt. So, und jetzt? So, jetzt. Ja. Nice. Ah, Digga. Richtig, Erik. Ich kann nicht üblich bleiben. Warte? Nice. Oh. Jetzt. Machen wir mal. Das ist ja Turbo, Ere. Hast du überhaupt in die Tür? Ein da. Ein da. I see no challenge. Ja, deswegen wollen wir eins skippen. Wieso eins skippen? Wieso sollen wir eins skippen? Eins, zwei, da. Weil, wie drittst du es denn ins Gesamte? Der Rest so ungeduldig wird und dann einfach das wieder hart. Ich will das jetzt durch. Fertig. Hör uns auf der Rum zu. Da ist immer viel mehr. Ey, kommt da eh nicht. Er hat eins skippt. Er hat eins skippt. Er hat eins skippt. Ja. Du geh wieder zurück auf die Fünf. Du hast die Fünf ausgelassen. Nur weil ein X ist, heißt das nicht, dass es da nichts gibt. Ach so, Offline-Only ist natürlich doof. Übelcher Blood-Hole. Ist das wirklich Offline-Only oder tut das nur so? Wenn ich jetzt drücke, kommt ein... Ah. Okay. Ja, ist okay. Skipp halt ein. Hey, dann skipp doch einfach. Geht es jetzt nicht mal weiter? Es dauert, es dauert wieder. Also, ich weiß nicht, warum wir, also, weil sie wirklich... Ey, ihr seht ein Kompetenz. Wah. Mein Ball, mein Ball. Oh, den kann nur blau schieben, hm? Nein, nein. Ein blauer Ball. Was ist ein erhabener Ball? Ich kann nicht hoch, wenn ihr auf mir seid. Ich kann nicht schieben, wenn ihr da drauf seid. Warum ist Hände eigentlich nicht blau? Warum ist unsere Standardfarben? Weil der vor mir blau war. Weil ich das nicht draufgegeben konnte. Das ist meiner. Hier ist grau, hier ist rot. Auf nach links, stopp! Stopp! Auf nach links. Jetzt kommen wir nicht hoch. Er muss noch helfen. Geht er weg? Mach ruhig. Los. Auf sein, Dudes. Yippie. Los, Mardi. Und jetzt muss ich den Turm machen. Ah, ich muss noch hoch. Erst mal gucken, oder? Erst mal gucken, was hier noch abgeht. Ja, hallo. Leute, ich ziehe erst mal hoch. Wo hoch? Ich muss den Turm machen. Hallo? Ja, ihr müsst irgendwie darüber. Blau muss da hochkommen, glaube ich. Ja, ja, nicht zu viel, nicht zu hoch. Ja, geht noch. Ja, aber ich muss da auch noch hochkommen. Also, da kann sich mal jemand hier runterstellen. Oder so. Du musst aufhören, ja, ja. Ihr müsst den Turm erst mal schieben. Wer hockt denn da unten drin? Ja. Ich hoffe das. Waaah! Das Fundament. Das war jetzt ein bisschen doof. Lass einfach nach links. Nichts. Ich. Hey, wieso? Ich. Hey, ihr müsst doch einfach nur da oben rum machen. Wir haben doch eh schon verlor. Wir haben doch eh schon verlor. Wieso denn? Das bringt doch nichts, wenn wir die Steine hier unterstehen. Wir müssen ein Turm bauen. 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 Warum denn? Aber ihr kommt doch da an den Schlüssel dran. Ja. Ja. Wo ist das? Jetzt ist die Frage. Dann lauf mal rechts. Komm. 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 Okay, man muss ein bisschen planen. Wer ist denn da jetzt? Der Hennennerhaft! Okay, das heißt, ihr müsst das jetzt hier drauf schieben, ne? Machen wir jetzt ein bisschen braun. Dunkelbraun, bitte. Orange! Ich komme ehrlich jetzt! Sieht doch gut aus. Genau. Aber jetzt braucht ihr... Ihr stoppt nicht zu weit schieben, oder? Nein, schiebt drauf. Könnt ihr. Ah, geht trotz. Ja, gut. Könnt ihr raus und stapeln. Krieg ich den dann auch wieder runter, wenn der erstmal drauf ist? Ja, kannst du die rot noch alle schieben, auch wenn die übernahm sind? Ja, stimmt. Schiebt mal drauf. Schiebt mal drauf! Geht das? Ja, wenn ich jetzt schiebe, dann... Der Spiel ist vorbei! Ja, geht, jetzt schieb. Gut. Wollte ich ja nur wissen. Tschüss. Ja, geh weg von deinem Orangen dann! Nein, geh ich nicht! Ich musst du den Orangen da oben noch holen. Hopp, hopp, hopp. Ja, du hättest den Orangen da oben und du bist jetzt schon... Der Tor! Ach, die... Ich mach... Jetzt komme ich nicht mehr dran, weil es wieder zugebaut worden ist. Und jetzt stopp, 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 wir müssen da hoch. Ein bisschen auch. Jetzt muss irgendjemand stoppen, jetzt muss irgendeinen kreis schieben. Orange weg. Nee, jetzt komm... Ja, guck, so geht's nämlich. Ja, jetzt muss... Warte, warte, stopp, 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 stopp. Ach, mach ich doch! Ach, mach ich doch. Ach, mach ich doch... Ach, mach ich doch. Der Tor muss stehen, den Rest kann man schon... Oh, tsch! Ah, tsch! Ah, tsch! Okay. Und drücken, einfach drücken. Ja, nee, es muss eine solide Treppe sein. Ja, aber es läuft mal jetzt einfach. Jetzt kommt einfach nacheinander die Person hier unten. Okay, braun nach oben. Okay, braun nach oben. Und dann ist das schon mal ledig. Na, gut. Oh! Du kannst wieder auf. Du kannst wieder auf. Ja, ne, 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 ne. Komm wieder raus, komm wieder raus, du kommst jetzt sofort wieder raus. Ah, das geht wirklich, das geht. Okay, also rot nach unten, braun. Bin ja schon. Orange. Sind alle leicht, ja, das müsste geht. Einfach schweben. Einfach schweben. Und jetzt orange hoch. Du musst ein bisschen nach links gehen. Jetzt hoch und ja. Jetzt nochmal mit Zeitlimit von 15 Sekunden. Hast du so um 0.10 Uhr gemacht? Ich glaube, mir gefällt es nicht so. Ich bin voll into it, ey. Vor allem mit der Musik, ne, ist richtig schmissig. Sag ja, ich könnte jetzt ein Pokémon fangen. Jump'n'n, wer fallet das? Ich bin überhaupt keiner. Ah, Pussy. Ich schwang wieder zu Treppen. Hörst dich einfach sch... Ja, easy. Und jetzt hörst du aber auf zu schieben, glaube ich. Hey, wieso? Nee, schiebt weiter. Klappen ist einmal zu. Okay, also, schütteln wir noch. Das können wir noch. Das können wir noch nicht mehr noch. Weiß nicht. Wahrscheinlich orange. Ja, probiert ja, weiß nicht. Ja, genau so. Hä, was war das denn? Ja, weil, wenn du es ist, wenn du es ganz dran sitzt. Oh, komm, Glaude, du kannst es nicht so. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Manchmal hat sich ihn ein wenig. Guck, ich hab auch gesagt, ich mag ihn immer. Irgendwann wird's Hass. So am Anfang. Also, ist Henne oder Marlin? Das ist der Henne, der da die ganze Zeit hüppt. Der Braune, der die Füße stillhalten kann. Uh, Schrauber ein, Gott. Nehme ich einfach auf seinen Kopf. Nein. Wettet ihn. Wettet ihn. Weißt du, wir haben es geschafft. Jetzt scheiden wir fünfmal in Folge. Sagt der, der Schuld daran ist, was wir gescheitert sind. Das will ich nicht hören. Marlin, kommen wir nicht mit Haken. Das mag ich gar nicht. Haken mag ich gar nicht. Wenn wir hier einen Turm bauen, können wir einfach überlaufen. Genau. Aber geht gerade nicht, weil... Oder es schmeckt gerade keiner. Hey, ach, los. Lop, loop, loop. Ja, einfach mal auf der Plattform mit der Hüpperei aufhören würdet. Leute, los jetzt. Jetzt den Turm bauen müssen. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Auf. Ja, aber doch nicht so, oder? Ja. Ja, doch. Und jetzt kann... Nein, draufstehen bleibt und Hänne läuft. Hänne, los. Dann dir. Hänne macht schon... Hä? Warum ist Orange gelaufen? Warum ist Orange gel... Wer ist Orange? Weil Hänne wieder stehen geblieben ist. Weil wir nicht ewig Zeit haben. Weil die alle rumtrödelt. Jetzt haben wir Zeit. Es passiert doch nichts. Lass mich doch mal jetzt hier hoch. Turm. Ey Leute, was war denn mit Turm? So, jetzt... Genau, und jetzt... Laufen! Und deswegen haben wir nicht ewig Zeit. Ja, los, jetzt schnell doch einfach einen Turm hin. Es hat doch beim ersten Mal ohne Turm geklappt. Einfach alle drauf, alle hoch. Und alle direkt loslaufen. Du kannst nicht springen. Sobald loslaufen, sobald die Plattform oben ist. Nein, wenn die ganz oben ist. Nicht der oberste auf dem Turm, wenn er hochkommt. Ich nehme das zurück mit. Wir sind zur Intelligenz wieder hier. Ich stehe, bleibe einfach stehen bleiben. Cash? Ich gucke, fortzuhlst. Orange. Orange. Orange kann noch einfach weiterlaufen. Nein, kann ich nicht, weil das erkannte war. Ich kann nicht springen. Die Person, die Person auch hier. Ich muss gar nicht. Ich muss gar nicht. Nein. Die Person auch hier. Ich muss gar nicht. Blau, nur blau, nur blau. Oh, die Verantwortung. Und stopp. Und stopp. Und stopp. Das ist einfach nur alle hier hochlaufen. Ich hab das nicht geschoben. Ich hab das diesmal nicht geschoben. Oh nein. Das war doch schon so. Mein, du kannst doch das Graue gar nicht verschoben werden. Oh nein. Das lag nicht am Grauen. Ich kann Grauen nicht verschieben. Er hat gesagt, es wird zum Hass. Du hast extra recht. Bleib doch stehen. Warum sterbt ihr denn? Okay, 6-2 ist ein richtiges Hass. Wir hatten, das wäre so easy first try gewesen. Du hast es verkackt. Du warst es. War ne Böse. Mr. Easy. Hey, nein, ich hab... Auf. Los, los. Nella, laufen. Laufen. Nein, warum verkack ich denn jetzt? Blau näherkommen und nur unten laufen. Auf, da! Scheiße. Fuck. Ich lieb's, dass das das Level ist, wo andere immer so weit ist, das ist voll belohnt. Ja, war es ja auch. Und dann kommt Kronos und läuft halt nicht. Ach, scheiße. Jetzt Grau und Dings. Grau und Blau. Ne, was ist das? Grau und Grau. Blau. Lauf doch, blau. Eine nach dem anderen. Ne, nicht eine. Mach einfach. Ja doch, eine nach dem anderen. Wenn ich das jetzt... Ich hab mit Joppen... Nein, hör doch auf zu schieben, du Bastard. Ich wollte nicht spielen. Lauf die Kamera. Au, au. Stop. So, immer erst springen, dann nach rechts. Zuerst springen, dann nach rechts. Blau. Das ist die Tür. Ein Fehler jetzt. Erst springen, dann nach rechts. Oh, mein. Mein Hüte. Oh mein Gott. Mit Mieterarbeit. Ja, das ist krass. Mieterarbeit. Direkt Resignation. Das ist krass, wie du es aus Brutt machst. In mir war zwar schon früher am Können, aber... nicht springen überlaufen blau das andere rüber rechts ja schön jetzt einfach warten bis grauen laufen kann oder springen an du kannst du springen springen schneller hier muss man nicht sterben und vielleicht ein bisschen stapeln er muss dann einfach ein bisschen schneller sein und den händen vergessen hatte schlüssel wieso ist er denn wieder wieso fällt mir denn da wieder muss da unten mit dem schlüssel springen dass er blöd aber ohne stapeln ja vielleicht darüber stapeln ich darf jetzt mal offen aber das ist schon mal nein wer ist denn ganz links springe eins hoch wie kann ich ja doch jetzt auf mich drauf kommen ja aber das ist ja nichts bekommt auch hier runter jetzt warte bis es ganz oben ist und jetzt läuft rot einfach nach rechts braun kann sogar laufen theoretisch grün lauf einfach 3 2 1 go ja sehr gut ich bin nicht grün ich bin braun aber dir verzeihe ich verdrinkt grün lauf und denkst du ja du musst nicht laufen ausnahmsweise und jetzt ja cash muss zuerst macht das spaß oh mein gott schaff ich den sprung dann erinnere mich beim nächsten mal daran diese ganze zechen auf ja genau ja aber nein aber ja aber nein so und jetzt es geht oder bei 321 und dann müsst ihr runter und cash muss springen und dann springe ich nach 321 verdammt und dann kommunikation auf die treppe alter ich habe trage mit zum zustand man muss doch wissen was passiert was trotzdem vielleicht passiert beim zweiten mal was genau achtung und ich mich nicht ich sag doch ich sehe mich da nicht das ist richtig schwer das level das ist übrigens das schlimmste das ist das schlimmste level warum schießt du dich denn dann nicht ich mach kurz mal Glühwein wollen wir kurz Glühweinpause machen und auch frissen hä jetzt mit nem ja mit nem gelb jetzt das level noch und wir haben level 6 fertig kann passieren ja doch mal einfach weitermachen einfach durch grün ich bin braun ich gebe dir mehr anlauffläche das ist doch gut ach du kacke ja komm ich bin auf dem rumpro warte ach du kacke ich hab keinen platz ach du kacke ja man muss es auch können das ist wie beim sport beim hochsprung wenn alle zugucken wie es ist es ist Alle stehen da und sehen, wie du anraubst, und du weißt genau, du hast gleich voll gegen die Stange knallt. So, der Anfang ist doch einfach. Das ist auf einem Knopf. Ach, der, der gerade gescheitert ist. Ja, aber nicht beim Anfang. Cashy, don't lose your concentration because of this party nation. Don't lose, wenn dann die Ehe. Ach, halt doch die Fresse. Das Lokalspielen mit einem Trinkspiel, das war so lustig. Ich hab dich gerade darauf hingewiesen, dass du dich bitte konzentriert. Jedes Mal bei verkackten Kurzen. Du bist ja direkt dicht. Du gehst über dich da. Am Anfang muss man noch nicht springen, einfach nur hoch. Hä? Am Anfang muss man springen? Soll ich dir zeigen, was passiert, wenn du nicht springst? Nein. Nicht instant, du musst erst bei dem roten Ding sprengen. Ich springe dir mal direkt schon am Anfang. Hurra. Hey, Manni. Hey, Croni. Es wird nichts, ich seh's jetzt schon. Wir haben einfach keinen Fokus, ich wollte. Wir haben einfach keinen Fokus. Wir brauchen den Key noch, ne? Ja. Ja, kommt ja gleich. Genau, und jetzt der nächste. Wir müssen noch ein weiter, bevor wir stapeln. Ja, aber man kann ja eingestapeln, genau. Das ist einfach einfacher ist. Einfach, einfach, einfach. Genau, mal einfach, einfach, einfach. Jetzt Kronos auf mich. Ja. Hol dir den Schlüssel. T-Guys. Ganz langsam, jetzt, ganz in Ruhe. Wir werden Picnic in Forze brauchen. Jetzt ist der Moment. Wieso bin ich unten? Wieso bin ich unten? So was von springen. Entweder... Ich bin nicht schuld. Orange, geh mal weg jetzt. Nee, Orange, komm, mach Orange. Mach vorbei. Was? Ich war es aber nicht. Wer war das? Der ist grau? Kashi. Ich hab das Wälder gedrückt, hat sich ausgelöst. Oh nein. Was ist denn los? Patrick ist pissen. Ach so. Ja, gut, dann geh ich auf. Danke für ein neues Spiel. Ja, nee, 6-4 müssen wir jetzt schon noch schaffen, oder? Nein, es ist Zeit für den Adventskalender. Oh. Wo ist das Toilette dann auch? Äh, wir haben heute den 8, nicht wahr? Neunter, zwölfter. Hä? Neunter, zwölfter. Ja, jetzt weil nach 0 Uhr es ist, aber es gilt immer noch der 8. Oh, ich brauch mein Glas noch nur mit. Nee. Tatsächlich ist der 9. Also, zähl ich jetzt nicht so. Also, nach dem krigorianischen Kalender schon. Fühl ich gar nicht, dass ich jetzt der 8. sein soll. Ich fühle mich überhaupt nicht wieder gemacht. Islay Gold. Nee. Islay Plus vielleicht. Mhm, nee. Ich hab ja Lob für mich jetzt geguckt. Uh. Das hab ich keinen. Ja, wir müssen noch, aber ich hab ja irgendwie so ein Gefühl, ich komm vom Urlaub nicht mehr zu. Oh, diese Musik geht mir jetzt so hart auf den Sack. Massiv. Du wolltest dieses Spiel. Hä, es macht ja auch Spaß. Sieh, es gibt jetzt immer noch, ich sag, das macht Spaß. Aber es macht halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Wie, wir haben es nicht geschafft. Wer ist reingelaufen? Der hat mich nicht bewegt. Atme ist nicht da. Können wir. Das können wir. Wer ist reingelaufen? Atme ist nicht da. Das ist egal. Aber wer ist reingelaufen in den Pappen? Ja, ich. Ich glaub, die Cache war's. Ja. Gerüchte geht um. Oh, der ist richtig raurig. Also ich glaub, bei der Musik kann man richtig depressiv werden. Ja, ja, ja. Hat die noch einen Vorschlag für den Smart & Sound? Ja. Islands. Tile. Tile. Habt ihr alle das Sound-Board jetzt leiser gestellt? Nein. Echte G's lassen das so laut. I like turtles. Oh, der ist schön raurig. Oh, der ist richtig raurig. Butter, go. The dog with the butter. Butter, go. Butter, go. Butter, go. Weil dir der Server gehört, ne? Nee, weil alle anderen Server, in denen ich bin, die sowas haben. Ja, aber ich bin ja... Hä? Aber ich bin auch... Aber ich bin auch... Mach's da Plan. Ah, hast du... Hast du Nitro? Ja, klar. Ja. Oh, der ist doch richtig lecker. Ja, klar. Ja, klar. Ey, ich bin jedenfalls mit Discord. Wir haben schon den neunten Mal hier übrigens. Danke. Gerne. So, jetzt auf, Leute. Wann sind wir noch? Idioten. Das spielt auch von hier. Handel von Idioten. Ihr Penner jetzt, ey. Soll du abbrechen. Nein. Das werden wir uns nie verzeihen, wenn ich den Solo kann und eben der Gruppe nicht. Kannst du Solo? Ja, klar. Ich bin hier eben durchgekommen. Ich muss mir Platz machen. Naja. Oder so. Bisschen knapp. Dieses Geschwitze. Geht doch rein. Verpiss dich. No pressure. Einfach töd. Einfach töd. Eifrig. Ah, aber. Easy. Wuhu. Vielen Dank. Dankeschön. Ich mach das schon eine ganze Woche. Easy. Ja. Ist nicht der erste Runde Knopf, über den ich heute springe. Oh. Lass das Spiel wechseln. Das macht mich der Boss hier. Ja. Das nicht, aber. Wir haben die Hälfte geschafft. Nächstes Jahr machen wir die andere Hälfte. Ja. Bei Schnappes. Bei Schnappes. Nächstes Mal machen wir das Lokal. Jedemal wer auf so einen verfickten Knopf drückt, muss einen trinken. Ja. Also. Rauschen rein. Wenn ich jetzt mal die absichtlichen Knopfdrücke von mir weglasse, würde ich sagen, da bleib ich ziemlich nüchtern. Glaub ich dir nicht. So. Was machen wir jetzt? Ein Schnappes. Nee. Boah. Kein Strategie mehr heute. Da bin ich viel zu betrunken für. Echt? Ach, es geht nicht so fünf Sätzen. Dann machen wir alle gegen alle. Irgendwas getretenes. Wir haben noch Amogus. Wir haben noch Golfe. Was ist das? Goose Goose Duck. Ja, lass doch mal so ein Goose Goose, oder? So eine Art. Ne, Move or Digit. Wir haben noch Pummel Party. Rise of Mania. Wir haben noch Rocket League. Secret Neighbors. Ja, komm, lass eine Runde. Ich bin auch bei Goose. Wir haben noch sowas wie Malen. Wie HF. Ich bin auch bei einer entspannten Goose. Breakfast habt ihr nicht alle, ne? Was bitte? Breakfast. Bisschen Autofahren habt ihr nicht, ne? Alle. Ja, ich hab's gut. Ja, dann lass doch Goose Goose, oder? Komm, Goose Goose. Weil Rocket League... Cashier hat keinen Fragschwest. Ja, richtig. Wir können auch Start Against Humanity. Oh, Start Against Humanity.